Musik Torgefährlich, großgewachsen und willensstark, all das trifft auf das Ausnahmetalent der Wasserfreunde Spandau 04 zu, Soran Bosic. Mit gerade einmal 19 Jahren hat der Wasserballer schon Großes erreicht, wovon viele junge Sportler in seinem Alter nur träumen können. Supercup-Sieger mit Spandau, jüngster Spieler der DSV-Auswahl, Teilnahme an der Jugend-Europameisterschaft in Malta, mehrfacher deutscher Jugendmeister und Bronze-Medaillengewinner in der U17-Bundesliga. Doch sein größtes sportliches Ziel ist ganz klar. Olympia Lange muss sich Bosic nicht mehr gedulden, denn bereits in zwei Jahren finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt und er wird alles geben. Um mit der deutschen Nationalmannschaft in der französischen Hauptstadt dabei zu sein. Erst im Sommer letzten Jahres hat Bosic den Schritt gewagt und seiner Heimat den Rücken gekehrt. Der in Essling geborene Sohn serbischer Eltern wechselte zum deutschen Rekordmeister nach Berlin. Das ist eine klasse Erfahrung mit Top-Sportlern zu trainieren und zu spielen. Man lernt immer was Neues dazu und man ist hochmotiviert. Nicht nur in der Champions League, selbst beim Prestigeduell gegen Waspohannoper ist das Ausnahmetalent in dieser Woche ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft. Denn mit seinen zwei Treffern trägt er zum 10 zu 6 Erfolg gegen den deutschen Meisterball. Auch beim Wiedersehen mit seinem alten Klub SSV Essling steigt Bosic ins Becken, legt mit Spandau einen furiosen Start hin und zieht bis zur Halbzeit mit 7 zu 1 davon. Es ist immer ein besonderes Gefühl, die wieder zu sehen, wo man auch vor einem Jahr mit denen zusammen trainiert hat. Nach dem Seitenwechsel gehen die Berliner weiter Gast und lassen kaum Offensivaktion der Esslinger zu. Besonders im letzten Viertel spielt der gebürtige Baden-Württemberger seine Stärke aus, entscheidet jede 1-1-Situation für sich und glänzt mit einem Doppelpack. Somit kompletiert der Hauptstadtclub den Wochenerfolg mit 21 zu 2 gegen den SSV Essling. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und es hat Spaß gemacht. Mit dem torgefährlichen, großgewachsenen und willenstärken Ausnahmetalent Zoran Bosic will sich Spandau weiter an der Spitze behaupten. Denn nach diesem erfolgreichen Wochenende sind die wasserfrorende Tabellenführer der Bundesliga. Vielversprechende Aussichten auch für Zoran Bosic. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.